Auf diesem Kanal habe ich schon einige Breath of the Wild Challenges bestritten. Einige davon schwieriger als die anderen. Aber heute erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad um ein Vielfaches. Denn ich habe die Mod Relics of the Past installiert, die das Spiel um einiges schwieriger macht. Glaubt mir, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das bisher die schwerste Challenge ist, die ich bestritten habe. Falls euch dieses Video gefällt, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Abonniert den Kanal, damit ihr kein weiteres Challenge-Video verpasst. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Okay, wir starten hier mit zwei Kisten. Oh, wir fangen mit einem Herzcontainer an. Das ist weird. Wir fangen aber auch mit vier Herzen an, sehe ich gerade. Was ist hier drin? Ein Ausdauercontainer ohne Beschriftung. Okay, ich erhoffe mir viel von dieser Mod, muss ich sagen. Also wir fangen jetzt mit fünf Herzcontainern an und mehr Ausdauer. Ich bin gespannt, wie schwer das Ganze hier sein wird. Und ich sehe gerade, hier gibt es schon eine Waffe. Einen rostigen Zweihänder, der hier einfach rumliegt. Oh, wow. Und da hinten sind Feen. Als ob hier einfach Feen sind. Ich hoffe, wir kommen da irgendwie ran. Komm schon, diese eine Fee? Nein! Bisher sieht das ja noch ganz normal aus, I guess. Ne, Moment. Er hat das Logo verändert. Wie cool ist das denn? Und da unten befindet sich schon ein Wächter. Ich hoffe, der schießt jetzt nicht direkt auf uns los. Oh, da hinten ist sogar noch einer. Und der ist sogar aktiv. Was steht hier? Das Schild ist auch neu. Okay, es backt einfach nur. Es backt einfach nur. Man kann dieses Schild offensichtlich nicht lesen. Oder vielleicht hat Link einfach noch nicht lesen gelernt. Ich weiß es nicht. Was befindet sich hier? Ein Gadeschwert? Bitte was? Mit 98 Damage? Und ein Gadeschild mit 131? Was? Und hier sind Maxirüben? Sammeln wir einfach alles ein, was wir hier finden können, Leute. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es früher oder später Hardcore wird. Der ist nämlich in Ruhe. Leute, der hat einfach auf seinem Kopf so einen Rubin. Was zur Hölle? Hier hat sich aber nichts verändert. Die Axt hat sich hier aber verändert, oder? Eine Meister-Axt? Ähm. Okay. Und ich werde direkt beschossen. Geil. Ähm. Okay. Das ist aber easy für mich. Bye. Have a great time. Lol. Der alte Mann ist einfach weggerannt. Und hier ist ein Bock-Blinn. Es ist ein blauer Bock-Blinn. Okay. Das geht aber noch klar. Müsste der nicht One-Hit sein? Der ist nicht mal One-Hit. Ich merke gerade, ich hatte die falsche Waffe. Deswegen habe ich so wenig Damage gemacht. Never mind, Leute. Okay. Kann mich das Ding jetzt bitte nicht anschießen? Hier ist ein weißer Mob-Blinn. Bitte was? Was? Was ist das denn? Yo. Okay. Ähm. Kann ich eine andere Challenge machen, Leute? Alter. Ich muss jetzt hier einfach schon gegen weiße Bock-Blinn kämpfen. Was ist denn hier los? Okay. Ich nehme das Garde-Schwert. Komm her. One-Shot. Geil. Also ich wusste nicht, dass die Mod so schwer wird. Oh wow. Und hier gibt es noch... Ja, genau. Natürlich gibt es solche Gegner hier. Direkt am Anfang. Warum nicht? Warum nicht? Was passiert hier? Was gibt es denn hier für Gegner? Ich will nicht mehr, Leute. Ich will aufhören. Ich will aufhören. Wisst ihr, der Mod-Asteller dachte sich so... Oder hat sich so gefragt, wie viele Wächter willst du haben? Die Antwort war ja. Komm, stirb. Oh mein Gott. Gib mir das Elektro-Schwert. Danke. Danke. Ich darf mich nicht treffen lassen. Ich darf mich nicht treffen lassen. Ah. Was ist dieser komische Würfel da hinten? Da ist auf jeden Fall eine Truhe drauf. Ich meine, das Coole an der Mod ist, dass man sehr schnell an ziemlich gute Waffen kommt. Das Negative ist, dass hier tausend Wächter sind. Ich habe gerade Angst, dass alles hier zum Leben erweckt, ne? Wäre cool, wenn es nicht passiert. Jetzt bin ich gespannt. Wurde der verändert? Ne, der wurde nicht verändert, oder? Okay. So. Uh. Aber er hat einen Gardebogen hinzugefügt. Immerhin etwas. Warum sind hier solche starken Gegner, bitte? Und warum bin ich fast tot? Oh mein Gott. Das Problem ist, mein Garde-Schild ist gleich am Arsch. Kriegen wir es hin? Kriegen wir es hin? Sind wir heute der Pariermeister? Nein, sind wir nicht. Ja. Oh Gott. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Einmal noch. Einmal noch. Dann haben wir ihn. Was für ein unepischer Kampf. Aber wir haben es geschafft. Oh Gott. Wie kommen wir hier bitte durchs Plateau? Wenn das Plateau schon so schwer ist. Wie wird denn der Rest des Spiels? Ja. Okay. Okay. Wahrscheinlich. Komm. Schieß. 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 Upp. Daneben. Warte. Was? Der schießt zweimal hintereinander? Nein. Hört mir doch auf. No. No. Alter. Was ist das noch? Was ist das für eine Mod? Ey. Was ist denn das hier für ein... Alter. Komm. Schieß bitte auf den Bockblint. Schieß bitte auf den Bockblint. Okay. Du sollst auf den Bockblint schießen. Okay. Es kehrt wieder Ruhe ein. Es kehrt wieder Ruhe ein, Leute. Komm. 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 Wahrscheinlich dreht er sich um. Wahrscheinlich, Bruder. Gehen wir bitte in diesen Schrein. Und vergessen die Außenwelt. Ich werde heute Nacht von Wächtern träumen. Das sage ich euch jetzt schon. Aber nicht im guten Sinne. Ja. Okay. Wahrscheinlich, Bruder. Wahrscheinlich. Alter. 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 Was soll ich denn machen? Okay. Ich muss rennen. Ich renne einfach. Oh. Oh. Was ist denn das hier? Ich bin hier im Kreuzfeuer. Mein Gott. Was ist das für eine Mod? Was ist das für eine Mod? Yo. Ich laufe erst mal ins Feuer rein. Ich weiß nicht, wie ich kein Damage bekommen habe. Ey. Was ist das hier? Stopp. Stopp. Habe ich gesagt. Oh Gott. Dieser Baumstamm ist alles andere als gut gefällt. Aber es passt. Hoffe ich. Okay. Kann ich jetzt bitte nicht sterben? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Danke. Geh. So. Jetzt einmal durchsprinten. Was ist hier drin? Ein Gardeschild. Nice. Mist. Da hinten ist auch ein Wächter. Okay. Probieren wir den anderen Weg. Okay. Der war easy. Hier hat sich komischerweise nichts verändert in dem Schrein. Oh. Never mind. Okay. Er hat was verändert. Okay. Ich gönne mir noch zwei Feen. Das ist nice. Und dann gönne ich mir glaube ich noch ein Herz. Weil das werden wir hier bei der Mod auf jeden Fall gebrauchen können. Also mit dem habe ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht so ganz gerechnet. Holen wir mal das Gardeschild raus. Och nee Alter. Die sind so super tanky. Was macht denn der hier? Wie soll ich den besiegen? Ja. Ciao. Gar kein Bock. Oh mein Gott. Nice. 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 Komm. Oh mein Gott. Das geht in die Hose. Ich ahne es. Diese Motta Master Modus. Ja. Wäre bestimmt nice. Hätte ich auch voll Bock drauf. Oh nein. Was kommt jetzt? Oh nein. Jetzt kommt der Laser. No. Wie stellt sich der Motta Steller das bitte vor? Mache ich überhaupt Damage? Mann. Ich mache kein Damage oder? Ich habe aber Bombenpfeil oder? Hier. Let's go. Wow. Hat gar kein Damage gemacht. Na wunderbar. Ja. Perfekt. Pariert. Komm. 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 Nochmal. Nein. 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 Jetzt kommen die Laser oder? Kann man die auch parieren? Kann man die parieren? Ich glaube schon oder? Mach doch mal. Nein. No. No. Was ist das? Nein. 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 Ich kriege es nicht hin. Jetzt. Endlich. Meine Güte. Komm. Hau den Junge jetzt mal weg. Oh Gott. No. Oh Gott. Geht doch. Warum kriege ich es nicht gleich so hin? Nimm doch dein. Nimm doch dein. Nimm das Schädling. Ey. Kriegen wir den bitte tot? Das ist ein einziger Gegner. Den werden wir doch tot bekommen oder nicht? Alter. Ist das Hardcore. Ist das ein Hardcore Modus hier? Okay. Woher kommt die denn auf einmal? Ja. Wahrscheinlich muss ich jetzt noch gegen zwei Bockblins kämpfen. Lass mich doch einfach in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Okay. Er lebt immer noch. Stirb doch. Okay. Okay. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ich kriege es nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Okay. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Och. Nee. Ich muss das hinbekommen, Leute. Okay. Bitte parieren. Bitte parieren. Bitte parieren. Nein. 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 Ich bin wieder so tot. Mann. Ich kann auch nicht switchen. Komm. Nächster Versuch. Nächster Versuch. Komm. Ich muss beim ersten Mal direkt parieren. Sonst war es das. Ja. Geht doch. Endlich. Ich meine, die letzten Challenges waren relativ entspannt. Da waren auch ein paar härtere dabei. Aber die gingen noch. Aber die ist wirklich nächstes Level gerade. Unser erstes Ziel ist die Phantomrüstung. Weil ohne die werden wir eh nicht weit kommen. Ich will nicht wissen, wie das Kolosseum aussieht. Da sind doch safe auch tausend Wächter. Ich ahne es jetzt schon. Ich wusste es. Leute. Ich wusste es. Ich wusste, dass hier Gegner sind. Ach. Hier sind gleich zwei Leute auf einmal. Wahrscheinlich. Oh komm. Beeilung. 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 Okay. Wisst ihr was? Wir ziehen das mal ganz kurz hier hin. Oh mein Gott. Wir brauchen diese Phantomrüstung aber sowas von. Wo war jetzt nochmal die Rüstung? Hier, oder? Ja. Hier unten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. 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 Was zur Hölle? Zieh doch raus. Nein. Okay. Ich werde sterben. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Okay. Okay, komm, zieh, 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 komm, aufmachen und ganz schnell weg, 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 wir müssen uns ganz schnell Wind bomben, aber ganz schnell, ganz schnell, komm, komm, zieh, 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 ja, ja, es hat funktioniert, ganz schnell weg hier, yo, okay, ich sehe überall Wächter, ich habe keinen Bock mehr, ja, okay, Okay. Ich habe keinen Bock mehr. Yo. Yo. Er schießt dreimal hintereinander. Warum nicht? Junge, ich werde wieder belebt. Bin instant tot. Ja, schön, schön, schön. Das war eine gute Windbombe. Ja, okay. Zwei Stück, wir sehen mich an. Yo. 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 Wahrscheinlich. Ich habe keinen Bock mehr. Lasst mich doch alle... Yo. Genau, schießt euch gegenseitig ab. Ist mir scheißegal. Meine Güte, könnt ihr mich in Ruhe lassen? Ey, ey. Als ob ich das überlebe. Als ob ich das überlebe. Was ist das? Drei Stück. Yo. Ja. Ja. Yo. Was? Ja, okay. Ja, okay. Dreimal hintereinander. Why not? Why not? Komm. Komm. Einmal noch. Komm schon. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Ja. 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 Oh mein Gott. Okay, weg hier. Da ist der Platz. Da ist der Platz. Wie viel sind hier? Leute, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen, wie viel es sind? Wo ist die Truhe? Wo ist die Truhe? Wo ist die Truhe? Wo ist die Truhe? Das macht doch keinen Spaß. Das macht doch keinen Spaß. Ey, Leute, seht ihr das? Seht ihr das? Okay, das ist schon draußen. Und hier ist nun gerade zwei Hände. Okay. Und hier ist die andere. Komm, zieh raus. Zieh doch raus. Was ist das? Was ist das? Beweg dich. Wo ist die Truhe hin? Hier, hier, hier. Öffnen. Öffnen. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Jetzt nur weg teleportieren. Nur weg teleportieren. Okay, hier hin. Okay, einfach weg. Einfach weg. Einfach weg. Da gibt es irgendwas Nices in der Truhe. Safe. Ich fliege da jetzt hin. Wie, da ist nichts Nices. Dann raste ich aber aus. Was ist da drin? Irgendwas Nices. Komm schon. Okay. Ja. Nehme ich. Nehme ich. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Bitte was? Was ist das? Der hält ja richtig viel aus. Komm, komm, komm. Er ist so low. Er ist so low. Ist er immun dagegen? Komm, stopp. Oh mein Gott, war das close. War das close. Bei Impa angekommen, holte ich mir die Quest für die vier Titanen ab. So, okay. Das ist, glaube ich, eine gute Windbombe, oder? Ja. So will ich Windbomben sehen. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, das sind alles Goldene, oder? Ähm, ich habe Angst. Oh Gott, ich habe kein gutes Gefühl bei... Goldenen Exile-Posten. Ja komm, klappe jetzt hier. Stirb doch. Du da auch. Klappe. Was? Was? Was macht der denn? Ich bin tot. Ich bin so tot. Komm, stirb. Oh mein Gott. Okay, der ist gut gestorben. Yo! Okay, ich komme gerade hochgeklettert und er schießt direkt. What the fuck? Komm, jetzt klappe hier. Jo, okay, 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 okay. Komm, stirb. Und getroffen werden ist hier leider der Untergang. Du hältst die Klappe jetzt. Mann, griff doch mal. Hau den, Junge. Wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Einer noch. Einer noch. Wie, das ist kein Headshot. Als ob es kein Headshot ist. Als ob es kein Headshot ist. Geht doch. Und schlägt sie ihn weg. Ich kann es nicht glauben, aber wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Hat er nur 10 Anläufe oder so gebraucht, aber wir haben es geschafft. Oh, das war eine gute Windbombe. Ich hoffe, wir schaffen Varute. Weil es kann sein, dass die Bosse auch schwerer sind. Ich hoffe wirklich, dass sie nicht schwerer sind. Aber bei dem Moddarsteller, ich vertraue ihm nicht. Oh, ich bin gespannt auf den Läuen da oben, ne? Leute, wollen wir probieren, den Läuen zu besiegen? Alter, da habe ich jetzt Bock drauf. Upsala. Wow, ich habe kein Schild mehr. Ich bin so lost. Ja, geil. Erstmal schön den Läuen ohne Schild besiegen. Immer gut. Alter, ich werde keine Chance gegen den Läuen haben, ne? Mit Topfdeckeln. Und guckt mal, wie wenig Leben ich habe. Ich habe keine Chance. Es sei denn, es ist ein roter Läune. Und mal gucken, was es ist. Es ist ein... Es ist ein roter Läune. Okay. Mit einem Elektroschwert. Aber sollte machbar sein. Der müsste, glaube ich, ziemlich einfach sein, oder? Komm. Ja, komm, easy. Easy. Okay, so viel zum Thema easy. Okay. Was? Er steht direkt wieder auf? Er steht direkt wieder auf. Oh mein Gott. Ja, okay. Er holt seinen Bogen raus, obwohl ich im Nahkampf bin. Du feigling. Nein. Aua. Kann es sein, dass der Läune irgendwie schwerer ist? Komm, Topfdeckel. Ja, easy. Der Läune bewegt sich viel mehr als sonst. Der bewegt sich viel mehr. Unfair. Komm doch. Okay, komm nicht. Bap, bap, bap. Ja. Oh mein Gott. Kriegen wir ihn? Okay, ich muss sagen, das war einfacher als alles andere bisher, ne? Mal gucken, was jetzt hier drin ist. Okay, ein Garde-Schild statt ein Ritter-Schild. Das ist ziemlich nice. Ich bin gespannt, ob der Titan verändert wurde. Ich bin gerade wirklich gespannt. Sehr gut, Läune. Sehr gut, Läune. Okay, cope sie nicht. Ich bin gerade ein Ritter-Schild.